und herzlich willkommen zu einer weiteren folie der FIFA 16 Trainer Chari und ja heute kommt heute ist das hier das zweite Video heute denn wie schon im vorgestemem Video gesagt wie schon vorgestemem Video gesagt bringe ich heute zwei wenn es gut läuft sogar drei Videos so und ja das wird in nächster Zeit vielleicht öfters passieren aber ich muss mal noch schauen zack gut es geht los ins Spiel gegen Frankfurt mal schauen wie sie spielen welche Aufstellung wer alles drin ist blablabla wie schön wie man sieht wir sind im Waldstadion sind momentan vierter Platz und ja das sieht sehr sehr gut aus Frankfurt ist nicht in den Top 10 mal schauen wir haben die beste Verteidigung zehn gegen Tore erst danke Bayern ja das sieht auf jeden Fall gut aus jetzt sehen wir mal unsere Aufstellung unsere kennen wir ja schon Jena hat schon mit dem zweiten Spiel und der Chaloba ebenfalls und das schon wenn sogar das dritte Spiel schon ja ganz ordentlich Ausstellung 4 2 2 ganz normal die ist aber auch ganz in Ordnung schauen wir mal wie Frankfurt spielt auch mit in der aufstellung stehen die rösser fähig flogen maße bereinert in dem defensiven mittelfeld eine sehr sehr starke truppe und da will ich mal sagen immer los legen wollen und modest fängt die ersten mal schön in Ball ab ja leider gibt es trotzdem um da gibt es trotzdem ist ein er ist sie nicht ich kann mir gar nicht drehen um das ist ein voll oder doch nicht was würde ich sagen leider gibt es doch aus aber egal ich habe kurz über zum wischel ob er sagt mit dem pass auf auf bitten kurd und leonardo mit dem ersten schuss in der zehnten minute und ja schön und schalob hat den ball auf maßelrisse zehn erst mal auf die außen kriegen uns leider nicht durch gesehen aber es gibt sowieso ein volles ab ist es nicht so schlimm sagt ihr hat sofort wieder zurück auf künter sagt gerad sagt risse schade leider nicht bitten kurz das war rüber gespielt so rinsten auf künter auf frisse da wollte ich eigentlich nicht hier natürlich anspielen sondern klingt aber das ist jetzt sowieso abseits also macht es nichts so hier wurden wir uns den ball schade die nachschule mit dem pass auf maßelrisse sagt man stehen nochmal der pass auf ihr nachschubt die nachschubt kriegt sich nicht durchgesetzt schade so so johann muss erst mal schön den ball über gert na schade egal wir haben den ball noch nächste gute gelegenheit schade kopf haben wir gewonnen aber ja schade schön von klüter es gibt den ball für frankfurt so jetzt ist der ball für uns jetzt spielen wir mal auf gerard ein weiter auf künter ein weiter auf risse zack hier nachschub leider nicht ok künter spielt mal kurz rüber auf die andere seite oh no jonas hektor verliert hier den ball der ball ist im haus jonathan darauf mit dem pass auf jonas hektor zack ein weiter bisse und der pass perfekter pass gehen wir vorbei ach schade oder auch nicht ja das schreibt mich halt ein bisschen das ist ein bisschen das gibt es gibt es aber nur ja schade schlechter pass von so rinzen aber der schuss war noch schlechter ist immer weit nach vorne ist immer weit nach vorne sagt dann hat modeste den ball und jetzt ist auch halbzeit genau jetzt gut ist er die erste halbzeit wir hatten paar chancen wir haben hier mal kurz schauen ja wir hatten nur ein schuss aufs tor ne gar kein schuss auf tor aber nur ein schuss ich dachte ich denke aber wir haben mehr schüsse gut nicht spannendes wir sind in der zweiten halbzeit so zweite halbzeit und modeste fängt hier sofort an zack bitten kurz das war ein voll oder auch nicht und alex meyer kommt hier vorbei aber jonathan macht das hier super glanz tat von jonathan das gelbe karte das zurecht so ich spiele wieder kurz auf geh hat der sich die in der mitte den schall über da ist modeste da war der da war ja so zack geert kurz die war vorbei ne leider nicht so jonas sektor nimmt die hier schön an dann der man man kommen wir bekommen wir noch so sieht es aus durch die beine den pass zack geert ein weit auf bitten kurz ein weit auf geert nein naja nach hat immer noch hat den immer noch das schade sagt modeste 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 nein machte nicht der machte nicht es gibt die 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 sind er so ist wieder lassen nicht ins tun ist die Nation was nicht so schlimm also bisher ist es verdient also recht unverdient dass wir hier noch hinten liegen zack schlecht von chaloba schön von geert so klienter läuft mal ein bisschen mit sagt sie nur vorbei oder auch nicht ich muss aufpassen macht es da 7 und 2 vorbei komm schon wieder nicht jetzt ist schon 88 minuten es könnte es eigentlich gewesen sein aber noch gehen wir noch nicht auf noch gehen wir noch nicht auf nein alter schon wieder was haben die denn wir haben eine achterkette hinten die stehen zu 8 da 10 cm neben dem tor und da ist es vorbei schade 0 zu 0 wirklich wirklich unverdient wie immer kurz die um spielen vorsehen also sowas von unverdient die müssen einfach gewinnen aber wir haben unsere Chancen einfach nicht gemacht denn die Sterne hin wirklich sehr sehr gut und so leider nur in 0 zu 0 und verdient glück für frankfurt und glück für uns aber was willst du machen wir sind in der runde der letzten 32 wir spielen gegen basel in der nächsten folge gut ich würde sagen das fasst du eine folge wir sehen uns in der nächsten video bis dann haut rein und ciao was ist das so was ist das dass wir